Yo meine Freunde, da bin ich wieder für euch mit einem neuen Video auf meinem Paskalationskanal. Diesmal kommen wir zum Legendary Rapper Azad, Legende, Der Boss 2. Unboxing Video ist jetzt am Start, Boxy ist da. Übrigens sind die Alben von Cero Almero und Dardan auch heute rausgekommen. Unboxing Videos gab es gestern schon auf meinem Kanal. Wer es nicht mitgekriegt hat, könnt gerne abchecken. Und jetzt ist auch endlich die Azad Box da und die Nashie P ist auch noch draußen. Könnt ihr euch streamen ab heute. Und auch ja, Wave ist letzte Woche gekommen und ist auf Platz 1 gechartet. Krass, die Welle hat zerstört, Alter. Aber ich würde sagen, jetzt kommen wir auch direkt zum Unboxing Video. Da, die Handschellen, die Uhr sind am Start, meine ich. Sorry, Leute. Sonst schwarzt hier von hinten. Zack. Ich freue mich übel aufs Azad Album. Wieder richtiger Rap, Alter. Wer Azad nicht kennt, Alter, der ist auf jeden Fall kein Rap-Experte. Das kann ich schon mal sagen. Was haben wir hier denn alles? Könnte eine EP sein. Der Boss... Sind fünf Tracks drauf. Schutz, Elm, Fluch und Segen. Kok, dieser Weg, Raffenheit. Aber, ich gucke noch mal rein, dann sehen wir es gleich nochmal. Genau, hier sind die Instrumenteds. 15 Tracks. Bam. Wer Bock hat auf ein paar nice Beats zu rappen, ist hier am Start. Damit warten wir noch hier. Jetzt haben wir den hier noch schon. Aufklebermäßig ist am Start. Zack. Pschuh. Dann haben wir natürlich das Herzstück einer jeder Box. Das Album ist das Wichtigste, Leute. Nicht vergessen. Hab ich vorhin schon gesagt. 15 Tracks. Sind die Tracks von vorhin hier auch drauf? Yo. Kok, Schutzengel und so sind hier auch drauf. Ich weiß nicht ganz genau, was das hier dann ist. Aber egal. Schreibt mir in die Kommentare, wenn ihr wisst, was hier ist. Auf jeden Fall haben wir hier 15 Tracks. Savas hat man gehört. Audio Single. Animus ist noch drauf, kennt man noch nicht. Jace und Adeltaville kennt man noch nicht. Bossa und Erabi kennt man, glaube ich auch noch nicht. Und Chaka und Samra ist noch drauf. Aber in den Track kennt man noch als Audio Single. Könnt ihr hier auch nochmal abchecken. Gleiches Cover wie auf der Box. Zack. Hier nochmal gucken. Kann ja die CD auch nochmal kurz aufmachen, Leute. Und Tag. Der Boss 2. Gieß am Stahl. Dann kommen wir hier zum nächsten Inhalt. Der Box. Was haben wir denn hier Schönes drin? Und mal sehen, was hier auf uns wartet, Freunde. Yo, eine nice Kette, Alter. schlagring ist am start leute was sagt ihr alter das ist eine krass kombi sponge boss cappy ist am start und jetzt kommen wir zum letzten inhalt der box 10er kapitän ist am start boss music science 2004 zieht sie euch rein hier von vorne was meint ihr leute könnte ich bei boss music mitspielen krasses trikot ich feier trikots ist jetzt nicht so mehr der besondere inhalt weil es den schon oft gab juri war schon da weisel war schon da kappi miami jacin hier jbg fahrrad und kolle und ich habe schon noch ein zwei vergessen aber ich feiere solche trikots da habe ich ja mal von fast ein uhr paar später trikots alter wieder auch nice alter das kann man zur box sagen du hast ein album instrumented und diese ip oder was das ist ja du hast diese nice kette feiere ich ja und dann und ich freue mich übertrieben aufs album also jetzt wenn die box weg geblieben wäre habe ich mich auf azad album am meisten gefreut von den dreien aber mal sehen welches album da dann feiere ich auch extrem saro almero werde ich mich mal überraschen lassen wie mir das album gefällt ja was gibt es sonst noch zu sagen abonniert gerne meinen kanal kommentiert gerne ja und sonst kommen die nächsten boxen luciano mehr 30 8 ich hoffe ihr seid wieder am start und ja ich werde jetzt erst mal in die album reinhören reinhören ich bin raus leute bis bald peace